Ich freue mich ganz besonders, dass wir einen Keynote-Speaker heute gewonnen haben, der sich mit diesem Thema schon sehr lange beschäftigt und intensiv beschäftigt, schon seit 25 Jahren. Und ich darf das Wort übergeben an den Dr. Holger Schmidt. Bitte sehr, Schmidt. Ja, herzlichen Dank. Die zweite Welle der Digitalisierung, was bedeutet das? Und wie Herr Kraus schon gesagt hat, mit Homeoffice und Zoom-Meeting bleibt es nicht stehen. Das ist nur sozusagen der Beginn gewesen. Wir müssen weiterdenken. Und was bedeutet zweite Welle der Digitalisierung? Wo geht das Thema hin? Und was bedeutet digitale Transformation und was nicht? Und ich habe Ihnen zum Beginn ein Zitat von Tom Goodwin mitgebracht, der sagt, vielen Menschen wird die digitale Transformation falsch verkauft. Digitale Transformation bedeutet nicht, die gleichen Produkte mit etwas mehr Technologie herzustellen, um die Effizienz zu erhöhen. Digitale Transformation bedeutet nicht, auf Amazon zu verkaufen oder digitale Anzeigen zu schalten. Und wenn Sie digitale Technologie nutzen, um die Art und Weise, wie Sie Dinge tun, zu verfeinern oder innerhalb eines Paradigmas zu verbessern, dann sollten Sie sich auf jeden Fall selbst beklatschen. Aber das ist keine Transformation und das wird Ihr Unternehmen nicht zukunftssicher machen. Also wenn wir nur das tun, was wir bisher schon gemacht haben, Bestehendes optimieren, dann kommen wir nicht zum Ziel, dann verbessern wir unsere Wettbewerbsfähigkeit nicht nachhaltig, dann machen wir keine neuen digitalen Umsätze und dann sind wir im Wettbewerb anfechtbar. Und er sagt, digitale Transformation bedeutet neue Kundenverhaltensweisen und Bedürfnisse, neue Geschäftsmodelle, neue Geschäftssynamiken und vor allen Dingen neue Möglichkeiten, die in der Technologie geschaffen werden, anzuerkennen. Es geht um digitale Innovationen. Das Analoge sozusagen, da kommt nicht mehr viel Innovation raus. Der Grad der Innovation aus dem Analogen, der nimmt permanent ab. Und das sieht die deutsche Autoindustrie im Moment sehr deutlich. Es kommt nicht mehr auf das Spaltmaß an, sondern es kommt darauf an, welche digitalen Innovationen man in ein Auto hineinpacken kann und am besten auch noch in ein digitales Geschäftsmodell. Und Tom Goodwin sagt weiter, wenn Sie Ihr Geschäftsmodell oder Ihr Produkt überdenken oder Sprünge in der Struktur Ihres Unternehmens machen, dann ist das digitale Transformation. Wenn Sie alles neu strukturieren, neue Arbeitsweisen in den Mittelpunkt stellen, dann haben Sie sich digital transformiert. Also ihm geht es darum, und das sehe ich exakt gleich, wir müssen sozusagen über dieses Optimieren des Bestehenden hinauskommen und hin Neues bauen, digitale Innovation, digitale Geschäftsmodelle, digitale Produkte. Das ist der Kern und da sind viele Unternehmen, die Pioniere inzwischen angelangt und das ist die zweite Welle, von der ich heute sprechen will. Wenn wir auf die erste Welle nochmal schauen, Dinge mit geringer Penetration, man hat Produkte übers Netz verkauft, man hat einen Marktplatz geschafft, man hat ein bisschen automatisiert, alles gut und schön, aber immer an der Oberfläche geblieben. Und jetzt sind wir sozusagen in der zweiten Welle. Wir müssen mehr investieren, also Dinge, die mehr Kapital benötigen. High-Touch-Güter, Deep-Tech ist ein großes Thema. Wir digitalisieren die komplette Wertschöpfung. Wir haben datengenerierte und informationsgenerierte Geschäftsmodelle, Plattformökonomie und komplette Automatisierung. Und darum geht es eben hin. Und wenn wir uns anschauen, wie Corona die Prioritäten der Vorstandsvorsitzenden nochmal verändert hat, dann sieht man, Digitaltransformation ist inzwischen ganz oben. Nicht nur ein leichter aniges, sondern ein signifikanter Anstieg wird erwartet in den nächsten Jahren. Warum? Viele haben gemerkt, dass Digitalisierung natürlich helfen kann, Produkte zu verkaufen. Was viele bisher nicht so gemacht haben, in der Corona-Pandemie war es zwingend notwendig und es hat da funktioniert und das muss jetzt ausgebaut werden. Und das sind die anderen Themen, auch Nachhaltigkeit. ESG hat an Bedeutung nochmal gewonnen. Cyber Security, auch das ist ein Thema, das uns immer wieder sozusagen über den Weg läuft. Man sieht das sehr gut an den Investitionen in digitale Transformationen. Schauen wir auf die Investitionen der Unternehmen in Billionen US-Dollar, dann sieht man einen Anstieg nochmal ab dem Jahr 2021. Nicht mehr 15, sondern fast 17 Prozent im Jahr wachsen diese Investitionen an. Und man sieht es auch bei den Investitionen der Risikokapitalgeber, also in digitale Startups. Die sind im Jahr 2021 förmlich explodiert auf 644 Milliarden US-Dollar. Und hier sieht man sehr deutlich, dass die Risikokapitalgeber, die ja nur investieren, wenn sie Chancen wittern, sehr breit mittlerweile aufgestellt sind. Nicht nur in E-Commerce und Fintechs investieren, sondern sehr breit in Gesundheit, in Logistik, in Maschinenbau. Also da kommt sozusagen, auch da kommt Druck auf die etablierten Unternehmen aus dieser Richtung. Ich habe meinen Vortrag in sechs Felder aufgeteilt. Wir beginnen mit den Erfolgsfaktoren in der zweiten Welle der Digitalisierung. Schauen wir zunächst, was sind denn die Aspekte, die wesentlich sind, die den Erfolg ausmachen. Wir haben die Technologie-Ebene. Auch da haben wir verschiedene Wellen. Wir sind im Moment in der zweiten Welle. Künstliche Intelligenz ist ein Thema. 5G, Edge-Computing, das Internet der Dinge ist wichtig. Bei der Blockchain bin ich mir immer noch nicht so hundertprozentig sicher, wo die guten Geschäftsmodelle liegen. Aber wir reden auch viel über Augmented Reality und Virtual Reality, also das Metaverse. Das sind allerdings Dinge, die sicherlich noch ein bisschen Zeit brauchen. In der zweiten Ebene reden wir über die Management- und Prozessebene. Und hier gibt es drei Aspekte, die wesentlich sind, die digital erfolgreiche Unternehmen von den digitalen Nachzüglern unterscheiden. Das ist einerseits Leadership, Innovationen und digitale Kultur. Ganz wichtig. Das sind softe Faktoren, über die manchmal gelächelt wird, die aber in der digitalen Transformation eminent wichtig sind. Digitalisierung der Arbeit. Zwei Drittel, Agilität. Zwei Drittel der erfolgreichen Digitalisierungsprojekte arbeiten agil. Und sie müssen so etwas wie eine lernende Organisation schaffen, dass das Wissen innerhalb des Unternehmens fließt. Und wenn einer einen Fehler gemacht hat, dass er ihnen das zweite Mal eben nicht mehr macht. Und das dritte Operations, datengetriebene Entscheidungen. Sie müssen lernen, aus den Daten, die sozusagen ihre Produkte ihnen zurückspielen, Informationen zu generieren, die ihnen helfen, vor allen Dingen in volatilen Umfeldern schnell und gut zu entscheiden. Und das Thema Automatisierung. Ja, und ganz oben, das ist nicht umsonst, ganz oben steht das Thema Geschäftsmodell. Fast alle erfolgreichen Unternehmen, die in den letzten Jahren sich im Markt durchgesetzt haben, die signifikant sozusagen Erfolg gehabt haben, haben das über ein digitales Geschäftsmodell geschafft. Plattformen sind ein wesentlicher Treiber. Und wenn Sie sagen, Plattformen, dann denke ich ja immer nur an Google und Facebook. Und das ist ja B2C-Irrtum. Plattformen beginnen gerade in B2B das nachzuholen, was sie in B2C schon geschafft haben, mit einem Timelag von fünf bis zehn Jahren, je nach Markt. Das heißt, das, was wir in der B2C-Welt gesehen haben in den letzten zehn Jahren, den Aufstieg dieser Giganten, die nahezu alle anderen Modelle an die Wand gefahren haben, das sehen wir mit Zeitverzögerung auch in B2B-Märkten. Und das ist wichtig, dass man darauf reagiert. Daten- und KI-getriebene Modelle, wie schaffe ich es, mit Hilfe der Daten, die ich generiere, einen neuen Service anzubieten, der besser ist als das, was ich bisher gemacht habe. Und natürlich die digitale Erweiterung. Aber dort, in dieser Spitze sozusagen der Pyramide, dort fällt die Entscheidung, bin ich erfolgreich oder nicht. Da müssen wir über die Wettbewerbsfähigkeit reden. Wir müssen schauen, wie sich auch die Digitalisierung auf Wachstum und Wohlfahrt auswirkt und vor allen Dingen auf das Klima. Auch das ist natürlich wichtig. Und wir müssen die Digitalisierungspolitik im Auge behalten. Gerade Wettbewerbspolitik und Industriepolitik sind dort sehr wichtig. Wo stehen die Unternehmen heute? Es gibt grob zwei Gruppen. Das sind die einen, die quasi noch vor der Skalierung ihrer digitalen Transformation stehen. Die fokussieren sich auf interne Optimierung. Daran ist nichts Falsches. Aber die Pioniere sind schon einen Schritt weiter. Die haben es geschafft, ihre Digitaltransformation bereits zu skalieren. Das heißt, durchs Unternehmen zu rollen. Und die fokussieren sich heute viel stärker auf Innovation und Geschäftsmodelle. Und hier trennt sich die Spreu vom Weizen. Da muss man schauen, wie gut ist man tatsächlich schon dabei, dort neues Geschäft zu machen und Wettbewerbsvorteile zu erreichen. Unter den Unternehmen sind ungefähr ein Drittel schon in der zweiten Welle, aber der Großteil noch in der ersten Welle. Das heißt nicht, dass man in der ersten Welle sozusagen die überspringen könnte. Daran ist nichts Falsches. Aber daran darf man nicht stehen bleiben. Das ist ganz wichtig. Sie müssen in die zweite Welle kommen und Innovationen rauskriegen. Und die Ziele verändern sich auch. In der ersten Welle geht es sehr viel um Kundenerfahrung, um Sales und Supply Chain. Also wir optimieren das Bestehende. Kennen Sie alle. Das ist auch, wie gesagt, nichts Falsches. Aber in der zweiten Welle dreht sich das ein bisschen. Es geht Richtung Wachstum und Geschäftsmodelle Innovation, Richtung digitale Ökosysteme, Richtung New Business Ventures. Also da steht das Neue, das Wachstumsfördernde viel stärker im Vordergrund. Das ist der Punkt, an dem wir stehen. Und die Pioniere sind schon da. Und die Nachzügler kämpfen noch in der ersten Welle. Und da dreht sich so ein bisschen sozusagen. Da muss man schauen, dass man da den Anschluss nicht verliert. Aber wenn man weiß, wo man hin will, dann geht das. Wie sind denn Digitalisierung und klassische KPIs miteinander verbunden? Wenn wir uns anschauen, die Korrelation zwischen dem Digitalisierungsstatus eines Unternehmens und dem Umsatzwachstum, dann sieht man sehr klare lineare Verbindungen. Das heißt, je höher digitalisiert ein Unternehmen ist, desto höher ist das Umsatzwachstum in der Regel. Und was sind die Faktoren, die die hochdigitalisierten Unternehmen auszeichnen? Was sind die Erfolgsfaktoren der Pioniere? Automatisierung meistens im Vertrieb. Sie müssen es schaffen, dass Ihre Produkte automatisch verkauft werden können. Datengetriebene Entscheidungen und neue digitale Produkte und Geschäftsmodelle. Hier liegt sozusagen die Wertschöpfung der Zukunft, dass Sie eben neue Produkte und neue Geschäftsmodelle haben. Und das Gleiche gilt für die Korrelation zwischen Digitalisierungsstatus und Margenwachstum, also Profitabilität. Auch hier linearer Zusammenhang, je höher digitalisiert, je höher das Margenwachstum. Auch hier gibt es klare Kriterien. Prozessautomatisierung, Cloud-Technologie zur Kostensenkung und digitale Geschäftsmodelle mit geringeren Kostenstrukturen. Also da wird schon deutlich, was sozusagen die Pioniere vielleicht besser machen als die, die im Moment noch nicht so wirklich so weit sind. Das sind die Erfolgsfaktoren. Das hat sich in den Projekten der vergangenen zehn Jahre herauskristallisiert, dass es darauf ankommt. Wie sowas aussieht, sieht man an den Bilanzen der großen Plattformen sehr gut. Klar, nicht jeder ist ein Amazon oder ein Apple. Aber man sieht, wie die es schaffen, sozusagen ihr Geschäftsmodell immer besser in Szene zu setzen. Das sind die Umsätze der Top-10-Plattformen der vergangenen zehn Jahre. Man sieht nicht nur einen steilen Anstieg, sondern eine Beschleunigung des Wachstums nochmal in den letzten Jahren. Plattformmodelle werden immer besser, je größer sie werden. Das ist schon mal ein großer Unterschied zu klassischen Modellen. Die werden in der Regel langsamer und träger, je größer sie werden. Plattformen werden besser, je größer sie werden. Und das gilt sogar noch deutlicher für die Gewinne. Die sind inzwischen bei 385 Milliarden Dollar im vergangenen Jahr. Auch hier sieht man den Anstieg des Gewinnwachstums nochmal sehr deutlich. Das war jetzt ein Überblick über die Erfolgsfaktoren. Kommen wir zum ersten Megatrend, digitale Geschäftsmodelle und digitale Innovationen, die damit verknüpft sind. Ganz wichtig zu betrachten ist, wie kann ich denn mit einem digitalen Geschäftsmodell Werte schaffen? Wie kann ich denn etwas schaffen, was mein Kunde bereit ist zu bezahlen, um besser ins Geschäft zu kommen? Ganz eminent wichtig in der digitalen Welt, in der B2C-Welt besonders, in der B2B-Welt künftig auch, sind Plattformen. Transaktionsplattformen in der Regel, wo es einfach um die Interaktion zwischen externen Anbietern und Nachfragern geht, werde ich gleich noch ein bisschen erläutern. Das iPhone ist eine Plattform und der Amazon Marketplace ist eine Plattform. Das kennen Sie alles. Was für die Industrie natürlich wichtiger ist, sind Daten- und KI-getriebene Modelle. Wie schaffe ich es zum Beispiel mit dem SS-Service-Modell, mein Produkt in einen intelligenten IoT-Service umzuwandeln? Und hier liegt eine große Chance für viele Unternehmen zu sagen, okay, ich habe eine gute Maschine, die ist eigentlich ausgereift. Da kann ich nicht mehr viel dran machen. Wie kann ich es denn schaffen, diese gute Maschine nicht nur zu verkaufen, sondern daraus einen intelligenten IoT-Service zu machen, um sie dann über ein Abo-Modell zum Beispiel zum Kunden zu bringen, der dann eben nicht nur einmalig die Maschine kauft, sondern er zahlt monatlich eine Fee. Ich kann aus der Datennutzung der Maschine Daten generieren und ihm daraus Zusatz-Services anbieten. Werde ich gleich noch stärker darauf eingehen. Das ist ein Modell, das im Moment sehr intensiv in der Industrie diskutiert wird. Wie schaffe ich es damit, auch sozusagen Mehrwert zu schaffen und auch mehr Umsatz zu machen, ganz klar. Datenprodukte. Ich kann aus den Nutzungsdaten eines Produktes ein neues Produkt bauen. Tesla Fleet Learning zum Beispiel ist eine Idee. Ich hole aus den Daten der Autos die Fahnen, die hole ich raus und versuche auf dieser Basis eben das autonome Fahren zu entwickeln. Tesla hat den fünf größten Supercomputer der Welt inzwischen im Keller stehen. Das ist ein Riesending und versucht mit all diesen Daten der vielen Autos und täglich werden es mehr, eben genau das Wissen zu generieren, um das autonome Fahren möglich zu machen. Das ist natürlich autonomes Fahren, brauche ich Ihnen nicht zu sagen, ein Game-Changer für die Mobilitätsindustrie. Und dann gibt es datenbasierte Produkte, äh Produktion, Entschuldigung. Ein Beispiel ist Alibaba Junji. Das ist eine Smart Factory, die basiert auf den Daten, die man quasi vorne am Frontend bei den Nutzern generiert. Die haben eine Milliarde Nutzer, die suchen Produkte, die schauen sich Filme an mit Produkten, die legen die in den Warenkorb. Und aus diesen Daten wird abgeleitet, was sie denn in den nächsten drei bis sechs Monaten kaufen werden. Und diese Fabrik produziert nur das, was die Daten vorne generieren. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil, zu sagen, ich produziere nicht mehr ins Blaue hinein, sondern ich produziere das, was mit hoher Wahrscheinlichkeit auch verkauft wird. Die Hälfte dieser Produkte, dieser Smart Factory, wurden relativ schnell Alibaba-Topseller. Und dann gibt es noch die digital automatisierte Bereitstellung von Produkten. Das sind so Hybrid-Modelle, wo ich Klassisches einfach erweitere. Beginnen wir mit den Plattformen. Und das ist schon mal ganz wichtig zu erkennen, dass Plattformen eben mehr können, als nur einen Marktplatz herzustellen. Also nicht nur Angebot und Nachfrage zu vereinen. Das ist eine Kernfunktion, ganz klar. Man schafft es, diese Transaktionen zu managen, zwischen Angebot und Nachfrage. Und bietet, ganz wichtig, kuratierte Services an. Wenn Sie an Amazon denken, da haben Sie die Logistik mit dabei, die Zahlung mit dabei, den Kundenservice mit dabei. Und all das führt natürlich dazu, dass Amazon a. immer mehr Daten generiert und b. immer mehr Umsatz damit macht. Aber es kommen Komponenten dazu, die eine moderne Plattform von einer alten Plattform unterscheiden und die den Erfolg auch ausmachen. Das sind einerseits Netzwerkeffekte. Was ist ein Netzwerkeffekt? Ich muss was als Kunde davon haben, dass andere Kunden auch da sind. Ich profitiere auf der Amazon-Plattform davon, dass die anderen Kunden Rezensionen geschrieben haben. Und mit dieser Rezension kann ich eben mein Produkt viel schneller bewerten. Oder die anderen haben Produkte gekauft, die möglicherweise besser sind als das, was ich mir gerade angucke. Auch das ist eine Funktion, da profitiere ich davon, dass andere auch noch da sind. Oder auf der anderen Seite, ich profitiere als Nachfahre davon, wenn möglichst viele Anbieter dort sind, dass ich eben dort einen sehr guten Preis habe und eine große Auswahl. Das sind Netzwerkeffekte und sowohl auf der einen Marktseite als auch sozusagen zur anderen Marktseite. Ganz wichtig, Ökosysteme. Wie schaffe ich es, sozusagen um mein Produkt herum, Märkte zu generieren, die damit verbunden sind, die ich koppeln kann? Ein Beispiel Uber. Uber ist bekannt als Taxidienst, hat aber gleichzeitig einen der weltgrößten Essenslieferdienste aufgebaut. Uber Eats. Wir haben diese Märkte gekoppelt. Was heißt das, wenn ich gerade als Fahrer keinen Fahrgast habe, weil möglicherweise gerade Mittagszeit ist und die Leute am Essen sind, dann kann ich eine Pizza ausliefern und umgedreht. Also so hat man es geschafft, Märkte zu koppeln. Inverse Strategien. Wie schaffe ich es, Wissen von außen auf meine Plattform zu holen? Ich muss nicht mal alles selber erfinden, sondern dieses Wissen von außen holen, das ist extrem wichtig. Da komme ich gleich auch noch zu. Und Datenökonomie, künstliche Intelligenz. Wie schaffe ich es, aus diesen Daten neue Produkte zu bauen? Alibaba, Junji ist eine Idee, wie man sowas brillant machen kann. Und das sind heute die Bestandteile moderner Plattformen. Ganz wichtig, wenn Sie mit einer alten, sozusagen nur mit dem Marktplatz anfangen, ohne Intelligenz, ohne diese einzelnen Bestandteile, dann wird es schwer, wettbewerbsfähig zu bleiben. Und das ist nichts Neues. Also Plattformen gibt es schon lange. Und ich erzähle immer gerne die Geschichte. Ich habe als FAZ-Redakteur 1997 angefangen, über Digitalisierung zu schreiben. Und dann kam mein Chef nach drei Wochen rein und sagte, da draußen steht ein Amerikaner vor der Tür, der will im Internet Bücher verkaufen. Ich habe nicht so eine Ahnung, was der will. Rett doch mal mit dem. Und dann ging ich um die Ecke und stand Jeff Bezos vor mir und hat mir erzählt, wie er sozusagen das größte Kaufhaus der Welt bauen will. Und ein paar Jahre später hat er mir erzählt, als hier in Europa noch kein Mensch von Plattformen gesprochen hat, wie er Amazon zur Plattform aufbauen will. Er hat schon eine sehr präzise Vorstellung gehabt. Das war Mitte der 2000er Jahre, als hier noch keiner davon gesprochen hat. Und auch das Apple hat das mit dem iPhone brillant umgesetzt. Wenn wir uns das nämlich anschauen, das iPhone 1 kam 2007 auf den Markt. Und das waren die Verkäufe des iPhone 1, das Blaue. Die Brille ist okay, die sind extrem klein. Sie haben quasi kaum iPhone 1 verkauft. Warum? Das Produkt war gut, innovativ, aber die Apps, die da drauf waren, waren eigentlich nichts, das konnte nicht mehr als normales Telefon. Sie konnten telefonieren und so weiter und ein paar Seiten anschauen. Aber im Endeffekt war das nicht der Game Changer, den man sich erhofft hat. Und dann kam Apple auf die geniale Idee, wir starten den App Store. Das heißt, wir holen die Innovationen der vielen 100.000 Entwickler, die es gibt, von außen auf die Plattform, machen das Produkt zu einer Plattform und versuchen genau diese Mechanismen sozusagen, diese Interaktion zwischen Angebot und Nachfrage für digitale Dienste über das iPhone abzubilden. Ja, und der Rest ist Geschichte, die kennen Sie alle. Es wurde das erfolgreichste Produkt aller Zeiten und ist quasi bis heute sozusagen der Prototyp dafür, wie man es schafft, aus einem Produkt eine Plattform zu bauen. So, und wenn Sie sich fragen, ja, B2C, das ist ja vielleicht nicht mein Geschäft. Bei B2B passiert fast das Gleiche. Die Bedingungen sind ein bisschen anders, aber wir sehen, dass auch in den B2B-Märkten überall sich mittlerweile Plattformen etabliert haben, die genau das Gleiche versuchen, A, über Transaktionen und diesen Transaktionsmechanismus abzubilden, dass man eben darüber handeln kann und darüber seine Produkte auch vertreiben kann. Das ist etwas, was wir in allen Branchen sehen. In der Logistik zum Beispiel liegt es ja auf der Hand. Die Logistik ist hochgradig ineffizient. Es gibt viele Leerfahrten und Ähnliches. All das lässt sich über eine Plattform quasi wunderbar deutlich besser abbilden. Dann gibt es Industrie- oder Datenplattformen, wo man versucht, eben diese Daten zu tauschen. Man sagt, wie kann man denn diese Daten aus verschiedenen Branchen zusammenpacken, um eben einen Mehrwert zu generieren. Das ist etwas, was längere Zeit an Vorbereitung braucht. Das ist komplexer, keine Frage. Aber genau dort stehen wir jetzt. Und inzwischen gibt es ganz viele Plattformen in B2B-Welt, die haben schon einen zweistelligen Milliardenbetrag an Wert. Und da geht es sozusagen, fährt der Zug gerade ab. Und er ist noch nicht abgefahren, aber er fährt bald ab. Insofern mein Appell, schauen Sie sich das genau an, was da passiert. Da sind auch noch viele Möglichkeiten zu schaffen, wie man selbst sozusagen eine Plattform hochziehen kann oder davon profitieren kann, dass man als Anbieter oder Nachfrager auf einer Plattform dabei ist. Viele, die das nicht nutzen, sehen die Vorteile nicht. Und es gibt eine Repräsentativumfrage unserer Innovationsforscher. Die haben sozusagen die Plattformnutzer, die B2B-Plattformnutzer gefragt und die Nichtnutzer. Was ist denn der Vorteil? Was bringt euch das denn? Man sieht deutliche Unterschiede bei allen Kriterien. Vereinfachter Zugang zu Daten, größere Reichweite für den Absatz, Entwicklung neuer Prozesse und Kostensenkung. Gewaltige Unterschiede zwischen denen, die es machen und denen, die zugucken. Insofern auch hier mein Appell, gucken Sie sich das genau an, fangen Sie an, damit zu experimentieren. Nur zugucken, das wird schwierig, weil die Vorteile natürlich, die, die es machen und die Vorteile generieren, die werden natürlich auch nach vorne gehen. Ich habe Ihnen ein kleines Video mitgebracht von einer Plattform, von Sometry, Plattform-on-Demand-Fertigung. Auch das sind klassische B2B im Markt, um Ihnen zu zeigen, wie sozusagen die Kriterien, die man aus der B2C-Welt kennt, Einfachheit, Nutzerfreundlichkeit, hoher Service, wie das sich mittlerweile auch in B2B fortsetzt und eben zu Plattformen führt, die ganz ähnlich funktionieren und ähnliche Mechanismen haben. Schauen Sie uns einfach mal das Video an. Es zeigt Ihnen ganz gut, wohin die Reise auch in B2B geht und die kann jeder mitgehen. Suchen Sie den richtigen Produzenten für Ihre Teile? Sometry ist die richtige Wahl. Mit unserem Netzwerk von über 4.000 Fertigungspartnern weltweit haben wir stets freie Kapazitäten für CNC-Bearbeitung, Blechfertigung, 3D-Druck und mehr. Außerdem bieten wir hunderte von Materialien und Oberflächen sowie verschiedene Prüf- und Qualitätskontrolloptionen an. Und so funktioniert es. Schritt 1. Laden Sie Ihre 3D-Modelle hoch. Geben Sie Menge, Materialien und Nachbearbeitung an. In Sekundenschnelle erhalten Sie ein Online-Angebot mit Preis, Lieferzeit, Machbarkeit-Feedback. Sie können die Teile-Spezifikation anpassen und sofort sehen, wie Sie sich auf den Preis und die Lieferzeit Ihres Teils auswirken. Schritt 2. Bestätigen Sie Ihre Bestelldaten und klicken Sie auf Bestellung bestätigen. Wir werden sofort mit der Fertigung beginnen, indem wir Ihre Bestellung an einen Produzenten vergeben, der hinsichtlich seiner Kompetenzen, Ausrüstung sowie freien Kapazitäten und Erfahrung optimal den Anforderungen entspricht. Insgesamt haben wir mehr als 1200 Hersteller aus 25 europäischen Ländern im Netzwerk. Nachdem Ihre Teile hergestellt wurden, führt Xometry eine zweistufige, strenge Qualitätsprüfung durch und schickt Ihnen die Teile dann zu. Schritt 3. Die Ware wird Ihnen direkt angeliefert. Verwenden Sie Xometry, um in jeder Phase Ihres Produktionszyklus sofortige Angebote zu erhalten. Von der Projektplanung sowie der Herstellung von Prototypen bis hin zur Erhöhung des Auftragsvolumens auf hunderttausende Teile. Xometry ist Ihr One-Stop-Shop für die On-Demand-Fertigung. Testen Sie uns noch heute. Das war natürlich ein Promovideo, das haben Sie gemerkt. Aber es zeigt ganz schön, wie die Mechanismen dort funktionieren. Man hat sozusagen viele Anbieter und Nachfrager. Ich kann die Fabriken besser auslasten. Ich bekomme Aufträge für nicht ausgelastete Produktionskapazitäten. Und als Kunde habe ich den Vorteil, dass ich sehr schnell sozusagen die Preise vergleichen kann und gucken, wer ist denn der beste Anbieter für mein Produkt. Also das sind alles Mechanismen, die wir aus der B2C-Welt kennen. Die werden jetzt auf B2B übertragen. Und da ist der Markt, da gibt es auch mittlerweile europäische Anbieter, da ist der Markt noch überhaupt nicht verteilt. Da kann jeder noch rein. Und da liegt viel Potenzial, das wir in Zukunft auch in Europa heben sollten. Das ist eine B2B-Plattform, Bulletin für Lifestyle-Produkte, Kosmetik, Kleidung, Ernährung. Da sind inzwischen 2.500 Marken, 20.000 Händler drauf, deren Handelsvolumen trägt zum 40% im Monat. Wie machen die das? Auch hier geht es darum, Daten so zu nutzen, dass beide Seiten Vorteile haben. Und schauen Sie sich mal das Geheimnis an. Die Händler sehen in Echtzeit, welche Markenprodukte gerade gut verkauft werden. Sie haben ein Dashboard, da sind sozusagen direkt die Zahlen drauf, die gehen direkt ins System. Sie können sehen, was wird denn gerade gut verkauft. Und als Händler sehen Sie dann zu, okay, es gibt gerade eine Nachfrage nach den Produkten. Ich muss zusehen, dass ich die Produkte schnell sozusagen in mein Sortiment reinkriege, damit ich von diesem Peak an Nachfrage profitieren kann. Umgedreht sehen die Markenhersteller in Echtzeit, welche Händler gerade gut verkaufen. Ah, der hat irgendwie einen Lauf, der hat eine gute Werbekampagne, der ist gerade angesagt, dieser Händler. Also muss ich doch als Markenhersteller zusehen, dass meine Produkte dort gelistet sind. Und so sehen beide sozusagen in Echtzeit, wie der Markt gerade tickt. Markttransparenz in Perfektion in einem B2B-Markt. Das ist natürlich etwas, was neu ist und was dort extrem gut funktioniert. Dann gibt es eben einfache Kommunikationsmöglichkeiten. Und dann gingen Sie auch noch lange Datenreports, um herauszufiltern, was hat tatsächlich gut funktioniert und was möglicherweise nicht. Auch hier sieht man relativ erkennbar geprüfte Erfolgskriterien aus der B2C-Welt werden gerade in B2B übertragen. Und ja, so sehen sozusagen die B2B-CEOs von morgen aus. Das hat sich auch geändert. Anderes Geschäftsfeld, weg von den Plattformen hin zu datengetriebenen Services oder S-Service-Modelle. Auch das ist ein Thema, über das die halbe Industrie gerade intensiv nachdenkt. Wie kommt man von einem physischen Produkt, da hat man Zusatz-Services, Verbrauchs- oder Ersatzteile dazu gepackt. Das ist alles eigentlich noch analog. Wie kommt man in die digitale Welt? Dann gibt es eben digitale Services und Überwachung des Produktes und am Ende Equipment as a Service. Das heißt, ich biete nicht mehr die Maschine an und verkaufe die Maschine, sondern ich versuche, meine Maschine im Abo-Modell oder wie auch immer das Geschäftsmodell dann aussieht, Pay-Per-Use, Pay-Per-Outcome, da gibt es verschiedene Optionen, dem Kunden so perfekt konfiguriert hinzustellen, dass er das nutzt, ohne jetzt sozusagen gleich die große Abfrontzahlung zu haben. Der Riesenvorteil ist, sie senken die Markteintrittsbarriere. Als Käufer oder als Nutzer kann ich das auch mal ausprobieren. Okay, ich stelle mir die Maschine hin und miete sie im Monat für so und so viel Euro. Das heißt, die Hürde ist deutlich geringer, als wenn ich erst mal ein paar Millionen zahlen müsste. Und das merkt man auch in der Softwareindustrie, diesen Trend von klassischer Softwareverkauf hin zu Software as a Service hat massive Umsatzgewinne gebracht, weil viel mehr Kunden in den Markt gedrängt sind, weil man eben deutlich niedriger einsteigen kann. Natürlich gibt es dann dazu, dass man das Risiko zum Teil teilt. Deshalb gibt es jetzt mittlerweile sehr interessante Modelle zwischen Maschinenhersteller, Banken und Versicherungen, um das Risiko abzufedern, und IoT-Anbietern, die genau diese Modelle bauen. Auch das ist ein großer Trend, den man, glaube ich, für sich nutzen sollte, um eben den Markt zu erweitern und eben Käufer oder Kunden in den Markt reinzukriegen, die vorher gesagt haben, so viel Geld gebe ich nicht aus. Vor allen Dingen bei neuen Sachen ist das sehr spannend. 3D-Druck zum Beispiel, da steigen Sie vielleicht nicht gerade mit voller Breitseite ein, aber wenn Sie sagen, okay, ich probiere das mal aus, ich möchte mir diesen 3D-Drucker dorthin stellen zu einem monatlichen Fee, und wenn es vielleicht nicht funktioniert, dann steige ich daraus auch wieder aus. Das sind Modelle, die wir auch aus der B2C-Welt kennen, die jetzt in der B2B-Welt Einzug halten und viele Optionen schaffen. Welche dieser digitalen Services sind tatsächlich gefragt? Es gibt ganz viele. Das ist eine Untersuchung, da wurden Unternehmen gefragt, was bringt denn tatsächlich Mehrwert für den Anwender, und was wird tatsächlich auch realisiert? Man sieht sowas wie Ferndiagnose, Solution Providing, Ersatzteilanzeige, relativ hoher Mehrwert, relativ hohe Realisierungswahrscheinlichkeit. Das sind eher einfache Produkte. In der Mitte dann so Anlagenmanagement, Uptime-Garantie, Qualitätsmanagement, all das lässt sich digital heute abbilden. Das liegt so in der Mitte. Und eher links, wenig Mehrwert wird da gesehen, relativ geringe Wahrscheinlichkeit sind zum Beispiel IoT-Plattformen. Das ist natürlich, IoT-Plattformen sind ein dickes Brett, das muss man dazu sagen. Die sind nicht sofort erkennbar, da wird das sehen, auch viele Risiken drin, weil sie eventuell Daten teilen müssen. Dennoch liegt hier natürlich eine große Chance. Da sollte man sich auf jeden Fall anschauen, aber man sieht sehr deutlich, die einfachen Dinge werden eher schnell gemacht und die komplexen Dinge, da dauert es ein bisschen länger. Aber man sieht eigentlich, es gibt genügend Optionen, wie man sich auch in diesen Markt herantasten kann. Und mein Appell ist immer, fangen Sie an, sozusagen die Innovation im Digitalen zu suchen. Bauen Sie solche digitalen Features auf Ihre ausgereiften, analogen Produkte obendrauf. Dann haben Sie sozusagen die Möglichkeit, damit mehr zu verdienen und vor allen Dingen den Kunden viel enger an sich zu binden und diesen Kunden auch zum treuen Kunden zu machen, der halt nicht einmal eine Maschine kauft und dann weg ist. Das war der erste Megatrend, Geschäftsmodelle. Zweiter Megatrend, Automatisierung. Mit Automatisierung geht es nicht nur darum, zu sagen, bestehendes zu automatisieren, sondern eben neue Techniken einzusetzen, um zu sagen, wie kann ich denn meinen Betrieb so weit automatisieren, dass ich auch Gewinne mache, wenn ich im Bett liege und schlafe. Man sieht es hier, Cloud Computing ist etwas, was massiv, ups, wieso das Graue da reinkommt, weiß ich jetzt auch nicht, aber wir kennen alles. Cloud Computing hat sich massiv durchgesetzt, Big Data und Analytics auch und an dritter Stelle kommt schon Robotic Process Automation und IoT. Also da sieht man, dass diese Technologien so langsam reinkommen. John Rose, der Dell-Technologie-Chef, hat es sehr schön gesagt, warum machen wir Automatisierung aus verschiedenen Gründen und ganz wichtig, er sagt, die Technologie ist da und es gehen die Ausreden aus, wenn es um den Wechsel zu diesen Technologien steht. Lösungen wie künstliche Intelligenz sind jetzt verfügbar und sie sind auch nicht mehr teuer, weil wir eben genau mit diesen Software-as-a-Service-Modellen dieses nutzen können. Es ist nur eine Frage des Willens, der Bildung und der Vermittlung der neuen Horizonte, die diese Technologien für Unternehmen eröffnen. Und dann bringt er einen Punkt, der meiner Meinung nach extrem wichtig wird, nämlich das Thema, woher kriegen wir denn die Arbeitskräfte in Zukunft? Wir alle wissen, demografischer Wandel, das steht so ein bisschen so ein bisschen so da über uns und alle denken so, was macht dieser demografische Wandel mit uns? Wo kriegen wir die Leute her? Aber wenn man mal sieht, wenn die Baby-Buber in den nächsten zehn Jahren alle in Rente gehen, woher kriegen wir die Leute? Das ist ein wesentlicher Punkt. Er sagt, Automatisierung ist der Schlüssel, denn es gibt einfach nicht genügend Mitarbeiter, um ein Unternehmen in den 2020er Jahren wettbewerbsfähig zu halten. Ohne autonome Abläufe wird es unmöglich, allein mit menschlichem Einsatz in der Digitalisierung Schritt zu halten. Bold Statement, sagt der Amerikaner. Also ohne Automatisierung sind wir nicht mehr wettbewerbsfähig, aber das haben viele Unternehmen erkannt. Und es geht nicht darum, irgendwelche Leute freizusetzen, auf die Straße zu setzen. Da sind wir weit von entfernt, sondern es geht darum, die Leute, die wir haben, die schlauen Leute sozusagen von Routineaufgaben zu entlasten und für höherwertigere Aufgaben auch weiterzubilden. Digitale Weiterbildung ist ein Riesenthema, das wir in den nächsten Jahren angehen müssen, weil das, was wir heute als Fachkräftemangel bezeichnen, das werden wir in zehn Jahren lächelnd darauf zurückblicken und sagen, ach, wie schön war die Situation doch damals noch, weil natürlich überall diese Leute gesucht werden und die Universitäten sie in dem Maße nicht ausbilden können. Das heißt, Unternehmen müssen das selbst in die Hand nehmen, selbst weiterbilden und Automatisierung ist hier ein wesentlicher Treiber, um auch dieses, überhaupt diese Arbeitskraft freizusetzen im Sinne von, wie können wir die Menschen intelligenter einsetzen als in Tätigkeiten, die eine Maschine vielleicht besser kann. Und das ist ein wichtiger Punkt, Automatisierung at scale. Schauen wir auf die Automatisierung menschlicher Tätigkeiten, das sind natürlich vorhersehbare, physische Tätigkeiten, hochgradig automatisierbar, Daten verarbeiten, Daten sammeln auch. Wenn es unvorhersehbar wird, Interaktion mit Menschen, Wissen, Management, das ist weniger automatisierbar, aber es ist ein großer Teil natürlich dabei. Wir haben drei Wellen, wir sind aktuell in der Algorithmuswelle, also ein Algorithmus kann es aufgrund von strukturierten Daten, zum Beispiel in der Finanzbranche, in der Dienstleistungsbranche, kann ein Algorithmus bessere Dinge machen oder schlauere Dinge aus Daten rausholen als der Mensch. Es kommt die Erweiterungswelle, die Automatisierung, wiederholbare Aufgaben wie das Ausfüllen von Formularen, Kommunikation, statistische Analyse, Roboter in Warenhäusern gehören in diese Welle und ganz zum Schluss die Autonomiewelle, da geht es um die Automatisierung physischer Arbeit, also die autonomen Autos und LKWs, die dann kommen. Das sind Wellen, die jetzt so nach und nach loslegen und die wir bisher nur in Ansätzen gesehen haben. Aber wichtig ist, nutzen Sie das produktiv. Es muss auch niemand davor Angst haben, wenn man sich den Arbeitsmarkt anguckt. Natürlich werden dadurch Beschäftigungen nicht mehr von Menschen erledigt, sondern von Maschinen, aber diese Menschen werden an anderer Stelle dringend gebraucht und das ist ein Punkt, der glaube ich notwendig ist, über den man mal langfristig nachdenken sollte. Es hängt ab, je nachdem, in welcher Branche man ist. Der Algorithmuswelle sind vorwiegend die Jobs im Prozent der Beschäftigten betroffen, die quasi in Dienstleistungsberufen sind, Finanzen, Versicherungen, also die stark mit Daten zu tun haben. In der Erweiterungswelle geht es einmal querbeet und die Automatisierungswelle dann vorwiegend in den physischen Branchen wie Transport, produzierendes Gewerbe und auch Bau. Wie gesagt, das ist ein Prozess über 20 Jahre, aber den sollten wir nutzen, um digitale Technologien einzusetzen, um eben die Menschen sozusagen freizubekommen für Höherwertiges. Hier sind nochmal die Effekte der Digitalisierung auf Tätigkeiten. Ja, es gibt Tätigkeiten, die wegfallen. Also Daten einzugeben, irgendwie ein Verein kommen, das Fax abzutippen und die Daten in der Maske einzutippen. Ich glaube, das ist vollkommen klar. Auch Buchhaltung lässt sich automatisieren. Da gibt es viele Möglichkeiten. Dafür gibt es viele neue Tätigkeiten. Dafür müssen wir uns weiterbilden. Aber diesen Weg müssen wir gehen. Und wir versuchen an der TU Darmstadt immer mit einem Experiment herauszufinden, welche Digitaljobs werden denn gerade gebraucht? Wo ist denn die Nachfrage? Und das sind jetzt Zahlen für Deutschland, aber ich denke mal, hier wird es nicht wesentlich anders sein. Und wir schicken sozusagen jedes Quartal ein Bot los, der durchsucht 400.000 Websites plus sämtliche Stellenbörsen, um herauszufinden, welche Digitalkenntnisse denn gerade gesucht werden in Ausschreibungen. Also wir analysieren mit Hilfe der Indexgruppe in Berlin die Ausschreibung nach digitalen Jobs. Und das ist ganz interessant zu sehen. Mit Beginn der Pandemie schnellte die Nachfrage nach Expertinnen und Experten für Cloud Computing, Online Marketing und E-Commerce dramatisch hoch. Während alle anderen, die so ein bisschen eher Hightech waren wie künstliche Intelligenz, Robotics, 3D-Druck, die sind eher so ein bisschen runtergegangen. Das heißt, viele Unternehmen haben da so ein bisschen auf die Bremse getreten bei Innovationsprojekten und haben verständlicherweise erst mal geguckt, dass sie mit Cloud Computing, Marketing und E-Commerce ihr Geschäft am Laufen halten. Und jetzt sieht man, dass sich das so langsam wieder dreht. Jetzt hat man das abgefedert, jetzt ist man damit ganz gut klargekommen und jetzt geht es darum, sozusagen wieder die Innovationsprojekte hochzufahren. Auch hier ganz deutlich sieht man, dass diese Automatisierungsthemen und Innovationsthemen jetzt wieder an Bedeutung gewinnen. Das heißt, die zwei Jahre Pandemie haben uns schon ein Stück weit Zeit gekostet, weil wir uns in der Digitalisierung auf die naheliegenden Dinge konzentrieren mussten und die Hightech-Sachen erst mal ein bisschen zurückgestellt haben. Aber da sehen wir jetzt gerade sozusagen, der Weg geht wieder los. Das war der zweite Megatrend, Automatisierung. Ich habe es schon angesprochen, digitale Skills, digitale Fähigkeiten sind ein ganz großes Thema. Und zwar nicht nur bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der dritten Ebene, sondern, ganz wichtig, in der Führungsriege. Warum? Das MIT hat eine große Untersuchung gemacht unter 1984 Unternehmen eher großen. Wie wirken sich Digitalprofis in der Führungsmannschaft oder Frauschaft aufs Geschäftsergebnis aus? Dann haben sie ausgesucht, also sie haben das sozusagen über die LinkedIn-Profile ausgemessen und haben die ökonomischen Kennzahlen dagegen gerechnet. Sie haben festgestellt, dass die Unternehmen, bei denen sozusagen die digitale Profis an der Spitze haben, also das obere 25-Prozent-Quartil, das sind die roten Balken und verglichen mit den unteren 25 Prozent, bei denen keine Digitalprofis im Management sitzen. Man sieht ganz klare Unterschiede, zum Beispiel hinsichtlich Leadership. Das heißt, die digitalen Profis haben sehr viel stärker Coach & Communicate statt Command & Control, also die alte Führungsmethode. Digitale Kultur war denen extrem wichtig. Mitarbeiter in die Verantwortung nehmen, Innovation anregen, also ein ganz anderer Leadership-Stil bei den digitalen Profis als bei den Nachfolger oder den Nachzüglern. Bei den Methoden auch sehr deutliche Unterschiede. Rapid Learning, also Minable Viable Products, ich gehe sehr iterativ vor, ich mache Sprints, nutze Scrum, also um es schnell zu entwickeln, festzustellen, funktioniert das, funktioniert das nicht, muss ich adaptieren, muss ich möglicherweise einen Schritt zurückgehen. Das sind so Methoden, die sich heute weitgehend durchgesetzt haben. Agiles Vorgehen, automatisierte Entscheidungen, auch hier deutliche Unterschiede. Wenn Sie sagen, was bringt das Ganze? Ergebnisse. Die Innovation zum Beispiel war bei den digitalen Pionieren um ein Vielfaches höher. Sie haben sozusagen den Umsatz aus Produkten, die Sie in den vergangenen drei Jahren neu auf den Markt gebracht haben, der lag sozusagen bei 59 Prozent, bei den anderen nur bei 18. Also man sieht, da geht die Schere auf und die Anzahl der Transformationsprojekte, die umgesetzt wurden, sieht man auch hier, 69 Prozent haben es mit diesen neuen Methoden und den neuen Leadership-Methoden geschafft, wenn bei den anderen nur 30 Prozent. Und da geht die Schere auf und das ist ganz wichtig zu beachten. Das digitale Wissen heißt nicht, wie kann ich denn eine digitale Maschine bedienen. Das digitale Wissen beginnt oben, sozusagen auf der C-Level-Ebene, um zu wissen, welche digitalen Management-Methoden heute notwendig sind, um Unternehmen digital zu führen. Und das ist ein wesentlicher Grund, warum Unternehmen erfolgreich sind oder auch nicht in der digitalen Welt eben dieses Wissen. Wie sieht das aus bei den Workplace-Skills? Also wie gut sind wir sozusagen darauf vorbereitet? Hier ist eine Umfrage von Salesforce 123.000 Beschäftigten in 19 Ländern. Wer glaubt selbst, alles zu wissen, was er braucht und wie viel müssen wir lernen? Und man sieht, sehr viele Länder, die sich sehr schnell entwickeln, Indien, China gehört da auch zu, die wurden ja nicht abgefragt, aber China ist auf einem ähnlichen Level, bilden sich sehr viel schneller weiter und versuchen auch ihre Digitalbildung sozusagen schneller hochzuheben. Wenn Sie heute, durch Silicon Valley fahren, dann denken Sie, Sie sind in einem Stadtteil einer indischen Stadt. Also extrem viele Menschen aus Indien, die mittlerweile dort arbeiten und nicht umsonst sind die CEOs von Google und Microsoft kommen aus Indien. Also extrem gute Leute, die gut ausgebildet sind und das ist ein deutlicher Unterschied. Und wir sehen das hier in Deutschland, USA, global. Wir sind so auf einem Level, bei Deutschland fällt es immer so ein bisschen ab, wenn es geht in fünf Jahren. Das heißt, unsere Lernbereitschaft ist da nicht so wahnsinnig ausgeprägt. Da sind Sie, glaube ich, da muss man noch ein bisschen zulegen, dass wir auch bereit sind sozusagen zu lernen und zwar nicht nur eben auf den unteren Ebenen, sondern auch genauso oben. Es gibt den EU-Index für Digital Lifelong Learning Readiness, komplexer Name. Also wie bereit sind Sie, die Menschen zum Lernen? Man sieht, Österreich ganz gut platziert, so am Ende des ersten Drittels 0,63, Deutschland ganz am Ende. Das ist ein Punkt, der mir so ein bisschen wehtut. Liegt vielleicht auch daran, wenn man in der Vergangenheit extrem erfolgreich war, dann fragt man sich, warum soll ich noch was lernen? Ich kann ja alles, hat alles super funktioniert, da muss ich nicht mehr lernen. Also das ist ein Punkt, da müssen wir in Deutschland nachlegen, da ist Österreich deutlich besser aufgestellt und man sieht auch, die Urteilungen der Deutschen sind da nicht so nicht so dolle. Ginny Rometty, die ehemalige IBM-Chefin, hat das sehr deutlich formuliert, eine durchschnittliche Qualifikation, insbesondere eine Technologie, hat eine Halbwert Zeit von drei bis fünf Jahren. Also was machst du? Du wirst Menschen nicht mehr für ihre Fähigkeiten einstellen, sondern für ihre Bereitschaft zu lernen. Ganz wichtiger Punkt, sehr zentral, glaube ich, dass man bereit sein muss, sich weiterzubilden und dieses Weiterbilden muss natürlich auch systematisch im Unternehmen vorangetrieben werden. Das ist ganz wichtig, dass man eben das nicht nur sozusagen auf einem Powerpoint schreibt, sondern man muss es auch leben. Und viele Unternehmen versuchen, sowas zu bauen, eine Umgebung für das Lernen. Auch hier gibt es eine schöne Untersuchung von MIT, die geguckt haben, die digitale Reifephase und die Optionen zu lernen. Und diese Optionen zu lernen bedeutet, dass Experimente gefördert werden, dass sich unter Ebenen der Organisation austauschen, sehr viele Tests Feedback und Iteration, dass ich also nicht sage, ich mache jetzt zwei Jahre ein Projekt und am Ende stelle ich fest, es ist gescheitert und ich lerne nichts daraus, weil ich sehr, sehr kurz, in kurzen Sprints eben mich weiterbilden kann und neue Methoden aufbauen kann und auch eben Transparenz. ist, wenn ein Projekt an einer Stelle im Unternehmen gescheitert ist, dann muss ich dafür sorgen, dass alle das erfahren, nicht unter den Teppich kehren und sagen, ich bin gescheitert und die nächste Abteilung macht genau das Gleiche und scheitert wieder und was komplett überflüssig war, wenn sie das vorher gewusst hätte, sie müssen daraus lernen. und das ist auch ein Punkt, der sozusagen mit der digitalen Reife erst kommt. Dieses Lernen, Umgebung für das Lernen, das ist etwas, was digitale, erfolgreiche Unternehmen, reife Unternehmen sehr viel stärker hervorheben als klassische Unternehmen. Auch das ist ein wichtiger Punkt, an dem man lernen kann, wie andere das besser machen. So, digitaler Megatrend vier, Klimaschutz. Fragen Sie vielleicht, was hat denn das miteinander zu tun? Tatsächlich ist es so, dass wir mit Hilfe der digitalen Technologien es schaffen können, einen nicht unerheblichen Teil unserer Klimaschutzziele, die auf uns zukommen, einfacher zu erreichen, billiger zu erreichen. Wie kann Digitalisierung helfen? Viele Unternehmen, bei denen ist das mittlerweile schon klar, sozusagen auch in den Kriterien verankert. ESG, also hier Nachhaltigkeit, gehört zu den Kernzielen der digitalen Transformation. 39 Prozent sagen sogar, ESG ist Kernkriterium für die Auswahl und der Priorisierung der digitalen Transformationsinitiativen. Also wir müssen sehr deutlich sozusagen diese beiden Punkte zusammenziehen. Twin Transformation nennt man das. Wenn man uns anguckt, anschauen, wie viel sozusagen Prozent Digitalisierung zum Sparpotenzial beitragen kann, dann liegt das, je nachdem, wie man es betrachtet, so bei 25 Prozent bis zu einem Drittel, wenn man jetzt hochkommt, sogar bis zu 40 Prozent. Das heißt, man hat mit Hilfe der Digitalisierung extrem viele Möglichkeiten, seine Reduktionsziele einfacher und günstiger zu erreichen, indem sie eine höhere Effizienz haben in der Fertigung. Digital Twins sind zum Beispiel ein großes Thema, das ihnen helfen kann, die CO2-Emissionen in der Fertigung zu senken und ähnliche Methoden. Das zieht sich durch alle Bereiche durch. Natürlich bleibt ihnen ein großer Teil nicht digitale Reduktion. Sie können nicht weiterhin Öd und Gas verbrennen. Das bleibt nicht sozusagen davon unbenommen, aber der Anteil, den Digitalisierung beisteuern kann, der ist hoch. So, das waren die vier Megatrends, von denen ich glaube, dass sie in den nächsten Jahren die Digitalisierung bestimmen werden und aus denen man, glaube ich, lernen kann, wo es hingeht, wo die Chancen liegen. Geschäftsmodelle, Automatisierung, digitale Skills und eben Klimaschutz mitdenken. Und ein letzter Punkt ist der Erfolgsfahrt der digitalen Transformation. Was haben wir sozusagen aus den Erfahrungen der vergangenen zehn Jahre mit den Digitalprojekten gelernt? Wie setzt man sowas auf? Und jetzt wird es handfest sozusagen, wie muss ich auf der Management-Ebene agieren, um das zum guten Erfolg zu führen? Und es gibt sechs Schritte, die notwendig sind. Und auch das ist sozusagen von den Unternehmen abgeleitet, die erfolgreich waren. Was haben die besser gemacht als andere? Ganz wichtig ist, ein Fundament zu legen, zu sagen, ich muss das Projekt richtig kommunizieren, ich muss es mit den richtigen Leuten ausstatten, ich muss auch genügend Geld reinschieben. Wenn Sie das nur mit drei Euro 50 ausstatten, dann weiß jeder, Sie meinen das nicht ernst. Ganz wichtig. Also das Fundament. Es kommen noch ganz viele andere Punkte dazu, aber das ist ganz wichtig. Leadership. Wichtiger Punkt, Soft Skills, Leadership, Agilität, wird oft nicht so ernst genommen, aber extrem wichtig, hat sich als Erfolgskriterium in der zweiten, dritten Ebene sehr deutlich etabliert. Ohne diese beiden Aspekte schaffen Sie es nicht, Ihre Projekte erfolgreich zu Ende zu führen. Punkt vier, Entwicklung der Digitalinitiative, wie schaffen Sie es, ein neues Geschäftsmodell zu entwickeln, ein neues digitales Produkt zu entwickeln oder auch die Prozesse zu automatisieren? Und dann ganz wichtig, die Verbindung von vier zu fünf. Wie schaffen Sie es nicht nur, dieses auf Pilotebene hinzubekommen, sondern wie schaffen Sie das auch digital, sozusagen dieses digitale Projekt zu skalieren in Ihrem gesamten Unternehmen? Das heißt, nicht aus der Pilotphase einmal komplett durchs Unternehmen durchzurollen. Das ist ein Punkt, an dem viele Projekte scheitern, riesiges Potenzial, das besser zu machen, das von Anfang an mitzudenken und nicht nur sozusagen an der Stelle stehen zu bleiben. Und letzter Punkt, Sicherung des Erfolgs, schwache Signale erkennen, KPIs steuern, wie kann ich dranbleiben, um eben die Erfolgsquote dann auch hochzuhalten und den Erfolg hinten raus nicht wieder zu verspielen. Ja, und das waren meine Ideen, was wir gelernt haben aus der Digitalisierung der vergangenen zehn, ja, 20 Jahre. Was ist wichtig geworden? Auf welche Erfolgsfaktoren kommt es an? Wo liegen die Chancen? Nämlich eben Produkte, digitale Produkte, digitale Geschäftsmodelle, da haben wir, glaube ich, viel Nachholbedarf und viele Optionen. Automatisierung ist ein großes Thema, über das wir nachdenken müssen, um eben die Mitarbeiter auch frei zu bekommen. Fangen Sie an, Ihre Beschäftigten systematisch weiterzubilden in der digitalen Welt. Sie kriegen die nicht auf dem Arbeitsmarkt, die Sie brauchen. Sie müssen das selber tun und denken Sie den Klimaschutz mit. Auch das ist essentiell, weil das Thema geht natürlich auch nicht mehr weg und es macht viel, viel Sinn, diese beiden Transformationsprojekte sozusagen gemeinsam zu betrachten und gemeinsam voranzubringen.